Rosel von Melatten, ein Kinderbuch von Nikolaus Heidelbach, der Klappentext. Fürchterliche Dinge gehen vor sich in dieser großen Stadt. Drei Kinder kommen ums Leben und jedes Mal behauptet jemand, ein Mädchen in einem weißen Kleid mit einer roten Krawatte gesehen zu haben. Das schreiend über dem Unglücksort schwebte. Eine Weile rätseln die Leute noch über das Mädchen, dann gerät es in Vergessenheit. Nur Georg denkt weiter an die kleine weiße Gestalt und geht sie suchen auf dem Friedhof von Melatten. Ein abgründiges, anrührendes Märchen, erzählt und gezeichnet vom einzigartigen Nikolaus Heidelbach. Meine persönliche Rezension. Rosel von Melatten. Schwierig, schwierig. Ich laufe nun schon, seitdem ich dieses Kinderbuch gelesen habe, rum und überlege, welche Empfehlung ich bei diesem Buch eigentlich ausspreche. Es ist ein Buch wegen der Zeichnung für Kinder oder eher doch für Teenager. Also im Alter von 10 bis 12 Jahren. Dieses Buch ist einfach schwierig. Es ist gespickt mit schönen Zeichnungen und einem sehr schwierigen Thema. Nämlich den Tod. Aber es ist auch eigentlich eine sehr schöne Liebesgeschichte. Gut, wer mich kennt, der weiß, ich habe jahrelang acht bis zwölfjährig bei den Pfadfindern Gruselgeschichten erzählt. Und auch die waren eigentlich nicht ohne. Aber was macht man nicht alles am Lagerfeuer? Und es hat allen immer sehr gut gefallen. Irgendwie denke ich, dass es mit Rosel von Melatten ähnlich aussieht. Man ist zum einen geschockt, aber es gefällt auch Kindern, weil es einfach weit ab ist von dem, was man sonst erzählt bekommt. Ich denke, dass dieses Buch besonders dann geeignet ist, wenn man gerade einen Todesfall in der Familie hatte. Denn es zeigt einem Kind doch auf kindliche Art, dass alles nicht so schlimm ist. Und dass es vielleicht ein Leben nach dem Tod gibt. Aber man sollte sich nach dem Vorlesen Zeit nehmen, um mit dem Kind darüber zu sprechen und es vielleicht das erste Mal an einem Nachmittag vorlesen, um dem Kind Zeit zu geben, um das alles zu verarbeiten. Es ist eher keine gute Nachtgeschichte. Aber durch die Liebesgeschichte, die sich zwischen Rose und Georg abspielt, ist es auch anruhend und schön zu lesen. Also, ich würde sagen, erst selber lesen und dann entscheiden und vielleicht seine eigene Geschichte entwickeln mit den Bildern von Nikolaus Heidelbach. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mehr von diesem Autor zu lesen und zu genießen. Erschienen ist das Buch im Atlantik-Vernackt. Laut Vernackt gibt es es noch im Buchhandel. Müsst ihr aber ein bisschen suchen und einfach mal vielleicht bei der Talia oder sonst irgendwo einfach mal ein bisschen nachfragen oder bei der Buchhandlung vor Ort, ob da noch irgendwas möglich ist. und ja, einfach mal reinstibbern, reinlesen, reinblättern. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis bald, euer Markus von literaturlaunch.eu.